F9! Was für F9? Na, Aufnahme. Warte. Ja, ungefähr. Ja, genau. Ne, dreh dich noch ein Stück nach links. Ja, genau. Ne, zu weit. Ey, warum? Rechts, 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 rechts. Ja, ja, ne, zu weit, zu weit, zu weit, zu weit. Weil das ist jetzt ungefähr von der TV-Rocket. Was schmeißen wir denn? Hahahaha! Nice! Aber zippt man nochmal zieh... Nein, passt schon. Nice! Pulle den Tank. Nice! Da, Chit, was geht da grad ab? Das ist awesome. Wo geht's? Siehst du irgendwo? Da! Jeep, 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 Jeep! Oh! Bei B! Au, 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 au! Ja, wir werden irgendwo von links die ganze Zeit angeschossen. Ja, das ist der Typ aus, ähm... Dem Jeep wahrscheinlich. Chopper ist wieder da. Ist auch noch nicht gestartet. Ich zieh! Ab raus! Oh, oh, ach! Du brauchst... Du brauchst es noch nicht ziehen. Du brauchst erst, äh... Du flairst dann, wenn du... ...wenn die... ...wenn die Rocket fliegt. Also, wenn du wirklich flairst. Aber ja, was ist... Ich hab natürlich... Ich hab natürlich... Sind bereit, aber... Ja. Müsstest wahrscheinlich gleich ziehen dürfen. Ja. Raus! Das funktioniert perfekt. Letzten Teppich hier hinter. Schauen wir mal da... ...dann ich hier oben komme. Oh, da fährt eine Levy rum. Da vorne rennt ein Typ an dem Haus da vorne. Das ist... ...markiert. Direkt vor uns. Das... ...wegen dem Chopper. Chopper ist wieder... Ja, Chopper ist auch der, der gerade anloggt. Ich hab noch raus. WAH! Oh, schade. Er hat... Er hat mich ausgemooved. Aber er ist alleine drin. Ja, ja. Nächstes muss du. Ab, raus. Nice. Ah, er ist rausgeschampt. Ah, er ist rausgeschampt. Natürlich. Ich hab den rausgeschossen. Ja. Ey, das Boot. Kill it. Genau, vor uns. Nehmen wir aus. Okay, passt. Alter, die nehmen wir irgendwie so wie alles ein, oder? Äh, ist einer vorhin gerade... ...Boot hingefahren. Ah, unter uns. Tanks. Ah, da ist auch noch ein LAV. Wie ich jedesmal diese... Au, 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 au. Das ist der mit dem GFM neben dem Typen. Sind ausgestiegen. Tank. Äh, Chopper. Tank. Okay, hat sich früher schon erledigt. Gott, ich schies so genau mit dem Ding. Tank. Tank müsste auf D einer drauf sein. Ah, der hier vorne. Gott, ich guck genau hin und seh den nicht. Weil ich die ganze Zeit auf D runtergeschuck. Ab. Das... Langsam wird's mit der TV-Rocket. Naja, das übt sich langsam mal hin, ne? Äh... Bei D oben auf dem Tag. Habe ich einen oder beide? Ich glaub du hast beide. Würde ich sagen. Du kriegst doch den Killfeed. Naja... Ah, da vorne an der Straße bei A direkt. Ja, auf A drauf. Nord. Wie sie fliegen. Quart. Oder so. Ich zieh mal. Das ist der Chopper, ne? Oh ja, sag ich doch. Nächsten musst du wieder. Du musst denn. Oh ja, das verdächtigt nach... Soflam? Wir können nicht höher fliegen. Ah, das geht kaputt. Hab raus. Ja, ich auch. Passt. Ich tippe mal kurz hinter unsere TV-Station. GAMIGAZE. WATER! Blup. Nein. Ah, ich... Ich hab das Fahrzeug zerstört. too. MASTER. MACHEEL Charge. Państwo. Schau mal. Was tun wir dann noch vor. Da vorne schwimmt wer. Komm wir lösen ihn mal. Aber auch nicht. Ich treffe nämlich nicht. Egal, unten. Auf der Straße heht han ich mal halbään. das was auch so gerade so im vorbeilutschen noch naja ist schon wieder da wohl gerade so ausgestiegen ich glaube wir werden dann mal gekickt drück mal tab ist ok ey meine tv rocket war wieder mal umsonst du bist der zweite mit einem kill wuuu da fliegt der er ist noch gar nicht gestartet oder so ich hab noch mal raus er ist da hinten irgendwo ich hab noch mal ich hab noch mal ich hab noch mal zwei kills zwei kills ich bin zweiter ich krieg viele disables hier momentan das war gerade sehr knapp ich zieh da du musst ab raus ja get it get it ich hab noch mal ich hab noch mal ich hab noch mal mit mmg und nö mit dem base ripper du musst da an ja ich hab ab raus ok dann noch mal beide dicken wir noch mal ab wuuh shit das könnte ein hit werden not ready not ready not ready oh luck that luck ok sorry Gut... Er fährt mal schlussraum... ...und der Fahrzeug... Gut... Ey, die Strider sind nicht sinnlos, diese Fahrzeuge! Sinnlos... Äh... Chopper! Ich zieh... Ah... Ab raus! Naja, passt schon... Jetzt kann man ein Problem kriegen... Ja, sag ich doch... Ah... Aber er fällt auch runter... Weil er ist tot! So what? Ich möchte wissen, wer den Vehicle Destroyer bekommt! Ah, er ist tot! Juh... Haben ihn gerade erwischt... Nein! Es stehen aber ein paar Spawn Beacons also... Ja, da kommt schon einer, pass auf! Haben schon! Ey, ich bin... Ich bin echt nur das Opfer! Ja, momentan! Support... Es ist nur Support... Ach, hier doch... Ach, und jetzt hab ich... Jetzt wo ich den... Ach, fuck... Ach, ne! Au, 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 au! Ich würd sagen, da hat er einen M60 auf dich gerichtet! Ja... Jo... I'm survived! I'm survived! I'm alive! Kurz bevor wir einnehmen... Lauf ich hoch aufs Dach und... Guck, dass ich... Jo, go, 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 go! Halt mir Platz frei! Ähm! Hm... Versuch's! Muss erst mal gucken, dass ich mich um die... Ja, jetzt kommen eh wieder die... Muss ich bloß zusehen, dass ich starte? Oh, ich bin da! Let's own them, fuck all of them! So, enemy chopper? Da kommt noch einer runtergeflogen. Ich seh den... Ich hab den in der Luft erschossen ey! Du musst gleich ziehen. Ab raus. Ah, gegenrache chopper ist da hinten. Es startet gerade. Ich hab noch raus. Oh, he get that hit. Du musst. Ich hab gerade noch rausbekommen. Nee, das mach ich jetzt lieber nicht. Out of... Out of... Auf! Oh! Ohohohohoho! Auf! Bssst! Kurz hoch bssten. Irgendwie hab ich immer die Klassen die alle bsst machen müssen. So. Ich mag das Boot nicht. Get it! Oh, das ist Rolf! Oh! Ja, ich wollte gerade sagen. Das ist der... Weiner. Oh! 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 Das sind die Rocket Boys! Oh! Wie er fliegt! Hahaha! Is he... Is he dead? Chopper! No, ich wollte gerade sagen. Echt sind? Ey das ist Rolfi! Oh! Du musst dann. Musst du gar nicht. Gleich quaint da wieder, pass auf. Zünd. Dat weinen. Weiner. 87er kill ist es. Du musst, du musst, du musst. Au, 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 au! Was war das für ne Scheisse grad? Ich hätte nur. Ich glaub ein Tank oder so ist da nicht. Irgendwas... Hättet uns ziemlich böse, ja. Ja, zwei Tanks da unten. Zünd. Ich hab aus. Ah, ganz knapp an uns. Oh, ne, hat uns noch nicht hättet. Scheisse. Du musst... Nochmal hinten. Shit! Der selbe Typ wieder, ne? Chopper fliegt gerade zum Spawn von denen. Ich hab die falsche Taste grad gedrückt. Oh, scheisse. Warum hab ich... Ich hab die falsche Taste grad gedrückt. Oh. Scheisse. Warum hab ich... Ich hab die falsche Taste grad gedrückt. Oh. Oh. On the roof. The roof. The roof. The roof. The roof is on fire. Well. Oh. Schade. Aber... Aber... Aufsicht. One.